Leistungsdruck, strenger Unterricht, langes Stillsitzen und konzentriertes Arbeiten macht vielen Kinder mit ADHS zu schaffen. Deshalb haben wir acht Tipps gesammelt, die euch helfen sollen, besser durch die Schulzeit zu kommen. Willkommen bei Betacare, der Informationsplattform rund um die Themen Krankheit, Soziales und Recht. Ich bin Joshua und auf diesem Kanal klären wir euch jede Woche über die Leistungen und Hilfen auf, die euch zustehen. Also einfach zweimal klicken und immer informiert sein. Doch nun genug geredet, legen wir direkt mit dem ersten Tipp los. Auf aktive Kommunikation mit der Schule setzen. In der Vergangenheit wurde das Verhalten von betroffenen Kindern oft als mangelnde Disziplin gedeutet. Heute ist das Lehrpersonal in der Regel deutlich besser aufgeklärt. Mittlerweile haben viele Schulen sogar sogenannte ADHS-Arbeitskreise, die das Lehrerkollegium informieren und Konzepte für den schulischen Alltag mit ADHS erarbeiten. Der erste Schritt ist in jedem Fall, die Schule zu informieren, dass euer Kind eine ADHS-Diagnose hat. Das setzt den Grundstein für eine intensive und regelmäßige Lehrer-Eltern-Kommunikation. Fragt einfach nach, ob eventuell bereits Erfahrung mit ADHS besteht. Egal, ob die Lehrkräfte nun bereits Erfahrung mit der Erkrankung haben oder nicht. So wird es auf jeden Fall für mehr Verständnis für das Verhalten eures Kindes und für einen besseren Umgang miteinander sorgen. Wichtig ist, dass ihr vorab mit eurem Kind besprecht, warum es sinnvoll ist, der Schule bzw. der Lehrkraft Bescheid zu geben und sie auf die Diagnose hinzuweisen. Es kann auch sinnvoll sein, erst einige Wochen nach dem Schulbeginn über die Diagnose zu informieren, um eine mögliche Voreingenommenheit der Lehrkräfte zu vermeiden. Entscheiden sich Eltern und Kind für einen offenen Umgang mit ADHS, kann von einer verstärkten Rückmeldung der Lehrkraft profitiert werden. Die Rückmeldung des Lehrers ist für Kinder mit ADHS sehr wichtig, um die Folge ihres Handelns besser einschätzen zu können. So kann der schulische Alltag erleichtert werden. Im Weiteren folgen nun eine Handvoll Tipps, die primär in der Schule von der Lehrkraft umgesetzt werden können. Ihr als Eltern könnt diese im persönlichen Gespräch mit der Lehrkraft durchgehen. Und damit zum nächsten Tipp. Die Wahl des richtigen Sitzplatzes. Kinder mit ADHS kann es schwer fallen, Reize auszublenden. Deshalb ist die Wahl des richtigen Sitzplatzes wichtig. Der Platz sollte besonders nah am Lehrer sein, damit Rückmeldungen von der Lehrkraft schnell und unkompliziert weitergegeben werden können. Außerdem sollte der benachbarte Platz, wenn möglich, von Mitschülern besetzt sein, die konzentriert arbeiten und lernen. Dies kann einen guten Einfluss auf das Verhalten eures Kindes haben. Ein Einzelplatz kann in manchen Fällen auch sinnvoll sein, um Ablenkungen noch weiter zu minimieren. Wichtig ist es, dass sich der Platz eures Kindes möglichst selten ändert. Denn feste Strukturen sind für Kinder mit ADHS besonders wichtig. Damit direkt zu Tipp Nummer 3. Feste Tages- und Wochenabläufe. Feste Rituale geben eurem Kind Halt, egal ob nun zu Hause oder in der Schule. Dieser Tipp lässt sich also auch super zu Hause anwenden. Feste Abläufe fördern die Konzentration und helfen dabei, Ruhe zu schaffen. Ein gutes Beispiel in der Schule hierfür ist die Visualisierung von anstehenden Aufgaben. Vor Beginn des Unterrichts kann der Lehrer beispielsweise kurz mithilfe der Tafel den Unterrichtsablauf skizzieren, damit sich die Kinder besser darauf einstellen können, dass zum Beispiel später eine Gruppenarbeit ansteht. So kann das Zeitmanagement und die Selbstorganisation bei Kindern mit ADHS gefördert werden. Egal ob nun visualisiert oder nicht, ist es immer hilfreich, anstehende Veränderungen rechtzeitig anzukündigen, damit sich Kinder besser vorbereiten können. Neben festen Abläufen sind aber auch Pausen wichtig. Und damit zum nächsten Tipp. Bewegungspausen für konzentriertes Lernen. Um die Aufmerksamkeit eures Kindes besser auf das Lernen richten zu können, braucht der impulsive Bewegungsdran ein Ventil. Am glücklichsten sind Kinder mit ADHS, wenn sie bewusste Bewegungspausen einlegen können. Wenn möglich, kann die Lehrkraft zusammen mit den Schülern ein bis zwei Minuten eine kleine Bewegungspause einlegen. Zum Beispiel können Hampelmänner oder Kniebeugen gemacht werden. Allgemein tut etwas Bewegung allen Kindern und auch der Lehrkraft gut. Weiter geht's mit Tipp Nummer 5. Arbeitsanweisungen möglichst klar formulieren. Einfach formulierte und strukturierte Arbeitsanweisungen helfen betroffenen Kindern dabei, ein klares Ziel vor Augen zu haben und sich somit nicht so einfach von anderen Dingen ablenken zu lassen. Hierbei ist es wichtig, dass das Ziel realistisch gesetzt ist und euer Kind nicht überfordert. Also vielleicht lieber drei kleine Aufgaben nacheinander formulieren, als ein Kind mit einer zu großen Aufgabe zu überfordern. Unser nächster Tipp schließt daran direkt an. Fortschritte mit Lob verstärken. Wenn eine Aufgabe zufriedenstellend erledigt wurde, dann ist es wichtig, das eurem Kind auch mitzuteilen. Denn Kinder mit ADS bekommen oft zu wenig positive Reaktionen. Deshalb ist es wichtig, konkret und ehrlich zu loben, um ein gesundes Selbstbewusstsein zu fördern. Diese Rückmeldungen kann je nach Klassenklima entweder vor der Klasse oder persönlich kommuniziert werden. Neben diesen besprochenen sechs Tipps gibt es auch außerschulische Förderungen, die in Frage kommen. Damit zu unseren letzten beiden Tipps. Zuerst zur Lerntherapie. Häufig treten in Kombination mit ADS auch Teilleistungsstörungen wie Legasthenie, also Lese-Rechtsstrepschwäche, oder Dyskalkulie, die Rechenschwäche, auf. Laut § 35a SGB VIII ist unter bestimmten Voraussetzungen der Anspruch auf Eingliederungshilfe gegeben. Die Eingliederungshilfe im Sinne einer Lerntherapie kann auf Antrag über das Jugendamt finanziert werden. Doch was müsst ihr euch unter Lerntherapie genau vorstellen? Was bedeutet der Begriff Eingliederungshilfe? Und wie stellt man einen solchen Antrag? Um diese und weitere Fragen zu klären, haben wir ein separates Video für euch erstellt. Das findet ihr hier oben oder unten in der Videobeschreibung. Doch was, wenn euer Kind direkt in der Schule Unterstützung braucht, um dem Unterricht besser folgen zu können? Damit kommen wir zu unserem letzten Tipp, der Schulbegleitung. Wird die Schule dem erhöhten Betreuungsbedarf des Schülers nicht gerecht, kann unter Umständen Schulbegleitung genehmigt werden. Bei ADHS kann diese vor allem motivieren, das Sozialverhalten zu stärken und die Teilnahmefähigkeit im Unterricht zu fördern. Wo und wie ihr Schulbegleitung oder auch die eben genannte Lerntherapie beantragen könnt, erfahrt ihr in unserem detaillierten Video zum Thema Lerntherapie und Schulbegleitung. Das Video findet ihr hier oder unten in der Videobeschreibung. Außerdem findet ihr in der Beschreibung Links zu Versorgungsangeboten, die euch weiterhelfen können. Weitere Hilfsangebote und detaillierte Informationen findet ihr in unserem kostenlosen Ratgeber ADHS und Soziales. Den Link zum PDF dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Falls ihr noch Fragen oder eigene Erfahrungen zu diesem Thema habt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr diese mit uns in den Kommentaren teilt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.